Gehen Sie neue Wege und positionieren Sie sich mit dem vielseitig einsetzbaren Gehörschutz-Giveaway nachhaltig bei Ihren Kunden. Ob mit dem bekannten und beliebten Einweg-Gehörschutz in diversen Standardfarben oder mit dem innovativen Mehrweg-Gehörschutz SafeRave. Kompakt, trendig, mehrfarbig, mit optimalem Tragekomfort, kann in Ihren Bedürfnissen perfekt angepasst werden. SafeRave gibt es in zwei Ausführungen. Die Ökonomielinie mit großem Griff, an dem sich auch eine Kordel anbringen lässt, und die Sportline mit flachem Griff. Ideal zum Beispiel unter einem Helm oder wenn hoher Wert auf Ästhetik gelegt wird. Griff und Lamellen sind beliebig kombinierbar und sind ab Lager in verschiedenen Farben erhältlich. Ab einer Auflage von 5000 Paaren können wir auch in jeder Pantone-Farbe gemäß Ihrem Corporate Identity liefern. Durch seine Wiederverwendbarkeit ist er nicht nur ökologisch, sondern auch ein treuer Begleiter und deshalb der perfekte Werbeträger. Die optimale Möglichkeit, mit einem Merchandising-Produkt auf sich aufmerksam zu machen. Ob Einweg-Gehörschutz oder SafeRave, wir bieten die passende Verpackung. Vom klassischen Kartonkissen über die handliche Kunststoffbox oder die runde Kunststoffdose. Beide mit oder ohne Schlüsselkette bis hin zur robusten Aluminiumtube mit Schlüsselring. Aber auch unkonventionelle Verpackungen bieten sich bestens an. Natürlich können sämtliche Verpackungen direkt von uns nach Ihren Wünschen professionell bedruckt und beschriftet werden. Dafür stehen Ihnen unter anderem diverse Möglichkeiten wie Transfer, Tampon oder Offset-Druck sowie Digital Print und Gravur zur Verfügung. Dank einem breiten Warenlager und der gelegten Flexibilität sind wir schnell lieferfähig und können auf Ihre Wünsche reagieren. Welche Kombination auch immer für Sie die perfekte ist. Sie haben den Wunsch, wir die Lösung.